Kokonat, oh Kokonat, 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 Kokonat. Heute mal Spaß mit Heinos Spielzeug. Das ist nicht direkt Heinos Spielzeug, das ist Kundenauftrag. Aber muss ja natürlich erstmal Probe gefahren werden. Das ist ein Jeep und zwar ein Suzuki. Keine Ahnung, schießt mich tot, hast du nicht gesehen. Baujahr 1970 müsste der sein. Die Karre ist komplett runter. Motor, Getriebe, Lenkung, ist wie ein Segelschiff, Fahrwerk, alles im Arsch. Aber die Kiste läuft noch. Und für mich unglaublich, weil ich werde nie wieder in meinem Leben so ein Auto fahren. Und dann in den Streets of Kenya. Von daher finde ich, hat dieses Auto so viel Respekt verdient. Das ist einfach nur geil. Ich habe den Spaß meines Lebens, auf jeden Fall. No, 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 was heißt Angst? Keine Angst, alles gut. So, lieber Tana, jetzt seid ihr mit mir mal unterwegs in einem Suzuki. Alter. Völlig abgerotzte Kappe. Wir werden uns von außen nochmal angucken. Wir werden auch vom Rost zusammengehalten. Hier, die Lenkung sehr direkt, also auf jeden Fall wie so ein Segelschiff. Die Schaltung, alles. Aber egal, ich sitze hier im Freien. Die Kiste macht einfach nur Laune. Weil, sowas würde ich in Deutschland niemals fahren können. Ja, jetzt bin ich hier mal ein bisschen unterwegs. Können wir einfach mal gucken, ja? Ja, jetzt bin ich hier mal. Ja, jetzt bin ich hier mal. Ja, jetzt bin ich hier mal. Ich bin für euch Freunde, der Steve Fischer, der Andi Wanner, Oktaner Mucke. Ja, jetzt bin ich hier mal. 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 Vielen Dank.